Musik 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 Die Leute haben sich plötzlich wieder gefunden mit dem selten Problem, sie konnten nicht nach Hause. Das Omen für heute, als Westlicht eröffnet wurde, hat es genannt. Danke. Die Dina Lechner. Und dass heute alte Verbriffsgebäude mit Kunst und Kultur bewegt werden, das ist schon ein besonders erfreulicher Moment. Die Dina Lechner. Das ist ein sehr guter Rund. Die Dina Lechner. Die Dina Lechner. Die Dina Lechner. Das ist immer so, ich kann mal auf, ja, ich kann mal auf, ja, ich kann mal auf. Ist das der Blitz? Nein, das ist zum Videoleuchten. Bez auf wie es doch? Also geht es auf die Tarten. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020